Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch so ein Mod. Hier sind sehr viele Spawn-Ecks. Ich kann euch erstmal baden und gucke mal in mein Inventar rein. Bam. Das testen wir heute in diesem Mod. Und dieser Mod, ich blende es kurz ein, ich weiß nicht wie der heißt. Ja, den testen wir heute. So Leute, ich habe alles sortiert hier. Ich nehme dann mal die erste Reihe schon mal runter. Oh, ich habe da glaube ich was fallen lassen. Oder? Hier. Hier habe ich was fallen lassen. So. Das da. Und das testen wir jetzt. Ich fange direkt an mit diesem hier. 91 zu 100 irgendwas. Boah. Alter. Okay, ich gucke mal wie stark dieses Zeug da ist. Oder wie soll ich das nennen? Ähm, ja. Okay, auf jeden Fall sind Feinde, die greifen sich gegenseitig an. Boah. Okay. Der bekommt einen Effekt, ich glaube, Effekt der Schwäche. Soweit ich es weiß. Und dann teste ich jetzt diesen hier. Bohne, irgendwas da. Boah. Was ist das denn? Irgend so ein Viech. Oh mein Gott. Aber okay. Teste ich jetzt auch. Was kann der? Okay, der rennt nur weg. Ich glaube, der kann gar nichts. Ja. Aber dann kann ich ja direkt den spawnen. Mag eins was? Boah. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alter Schwede. Ich glaube, der... Oh mein, er bekommt noch so einen Brand-Effekt. Okay, krass. Das kam nicht krass. Das nächste ist der Goblin. Ich spawne den Goblin. So. Goal. Was? So ein Goblin nur. Könnt ihr überhaupt irgendwas hier? Hallo? Das ist nur einfach ganz normal. Ähm. Paladin irgendwas. Oh. Was ist das denn? Oh, ich glaube, der kommt nicht mal dran. Ich glaube, ich spawne hier so ein paar Schneegolem. Damit ich ihn testen kann, wie viel Schaden der überhaupt macht hier. Ein paar Schneegolem. Ich stelle ihn noch einmal. Ja. Okay. Hä? Oh Mann. Was habe ich gemacht, Mann? Ja, der wird nie dran kommen. Egal. Ähm. Ja, diese Dinger hier spawnen. Diese Erd... Äh. Dinger. So, das nächste ist Land. Shark. Level 51 bis 60 irgendwas. Ich spawne wieder einen Eisengolem, weil ich denke, dass der ist jetzt stark und... Und es ist ein Hai einfach. Es ist einfach ein Hai. Lol. Okay, dann hole ich... Äh. Scheiße. Dann hole ich jetzt die nächste Reihe raus. Und zwar... Diese... Hä? Habe ich da nicht mal gespawnt? Oh, warum waren da... Ähm... 63, aber okay. So, das erste ist auf jeden Fall... Trauer. Trauer? Irgendwas? Oh! Oh mein Gott, was ist das, Mann? Was war das denn? Krass, okay. Ähm... Das nächste ist so ein Skelett. Das nächste ist so ein Skelett. Oh. Ähm... Ähm... Es hat irgendwie geleckt. Dann teste ich jetzt das nächste und zwar ist es das da. Ich glaube... Das macht auch irgendwie gar nichts. Boah. Was ist das denn? Das macht auch irgendwie gar nichts. Das nächste ist dann... Äh... 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 Z... Tch... Äh... Okay. Das ist gar nichts. Äh, das nächste ist... Ein schwarzes Wasser, hä? Huch. Ist das denn ein Geist oder was? Oh mein Gott, Alter. Einfach ein Geist. Krass, dass es so viele Spawnings bei diesem Mod gibt. So das nächste ist... Skinless Han. Boah. Warte mal. Was ist das? Ich glaube, das greift nicht mal an. Das ist irgend so ein... So ein Statut oder so. Richtig krass. Okay, kommen wir zur nächsten... Reihe. Okay, Leute. Kommen wir zur... Äh... Letzten Reihe sogar. Das ist diese Reihe hier. Und zwar... Sind hier sieben diesmal. Ich spawn direkt mal den ersten. Huch. Oh. Er kann angreifen, okay. Äh... Ich spawn mal viele. Okay. Aha. Okay. Sind so zombifizierte Kreaturen, glaube ich. So Kuh und Chicken Wing. Ja. Aber das nächste ist... Egal. Was ist das? Wah! Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Krass. Krass. Krass auf jeden Fall. So ein richtiger Drache, Mann. Boah. Wer gewinnt wohl? Ich denke, glaube ich sogar der Drache, oder? Ne. Oder doch. Jetzt kann es sogar sein. Ja... Nee, oder? Ich denke nicht. Boah, wie lange kämpfen die, Mann. Ja. Der Drache. Ich bin mir da, glaube ich, sogar sicher. Ja. Ich wusste es. Krass auf jeden Fall, was er kann. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter weg von dem. Und wir probieren den nächsten auf jeden Fall erstmal einen Eisengolem spawnen. Damit ich einen Eisengolem habe. Einen Eisengolem und das nächste ist auch irgendein Golem. Oh! Krass. Schafft er ihn alleine, oder? Ich glaube nicht, oder? Ne. Das war auch klar, weil dieser Riesengolem ist, glaube ich, richtig stark. Ich spawn mal ganz viele von diesen Eisengolems. Krass. Und. So. 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 Schaffen sie ihn vielleicht? Ich denke... Ja. Sollen sie es schaffen? Boah. Ja, ich glaube schon. Also, ich kann jetzt nicht schätzen, wie viel Leben der hat. Also, der bekommt, glaube ich, nicht mal Schaden. Ah, doch. Lol, der hat einen Schaden bekommen, okay. Dann ist der nächste... Black-Eis. Mhm. Aha. Der macht wohl gar nichts. Mhm. Der nächste ist... Ich kann nicht mal einschätzen, was sind diese unsichtbaren Kretonen hier, diese... Aha. Okay, das ist also buntfarbig. Mhm. Okay. Das ist buntfarbig. Und, äh... Boah, Handy. Mann. Das nächste ist Terra-Terror. 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 Ah. Das sind diese Erddinger, ne? Diese Erdviecher, ja. Okay, die kenne ich. Das nächste ist... Eine Krabbe. Und das ist sogar das letzte. Und ich teste es jetzt das letzte aus. Mhm. Okay, die machen auch... Nee, die machen, glaube ich, gar nichts. Ich wollte gerade sagen, dass sie Schaden machen. Die machen auch, glaube ich, Schaden. Aber... Die machen gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, ähm... Das war's dann mit diesem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. 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 Tschüss.